So, Frau der Van Hardenbeck, als erstes müssen wir ihm ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Ich lasse schon mal den Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Also, ich glaube, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Pieker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Guten Vorteil hat's ja. Sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschutzverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit. Aber es gab nicht immer, bevor die Bücher zu werden, für die Kinder in den letzten zwei Jahren. Vorher das, die Kinder absorbiert ihre Kultur, ihre Geschichte, along mit den Adults, von der Village Storage Teller und der Stadt oder der Tribes' Spiele, Dances und Festivals. Untertitelung. BR 2018